hallo und herzlich willkommen zur 26 folge vom hof bergmann projekt mit dem t-shirt hallo 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 so ich kaufe den pflanzenschutz die kuhn pf 1050 und die kuhn deltys 1302 mta 3 jetzt noch komplizierter das waren die bezeichnung ja es wird reicher geht es noch komplizierter pflanzerschutz kaufen jetzt gemacht tut weh wenn das geld auf einmal schwindet ja aber wir haben ja inzwischen die gewächshäuser in betrieb die werden uns heute nacht schon noch einiges an geld bringen und den laden hast ja auch gefüllt die ich erfahren wenn ich mich gemütet noch nicht system seine internetverbindung abgekackt hat ja schon gesagt bei ihnen gewittert gerade als wir aufnehmen von dem her kann durchaus sein dass das eben das problem war gerade dann ist sein internet jetzt erstmal also wieder da hallo ja weiter ich krieg aggression hat der blitz eingeschlagen ich kann jetzt so meine tastatur gegen die wandel schmeißen mache ich aber nicht was hat die tastatur davon ich weiß ja noch nicht okay also ich werde jetzt mal hier pflanzenschutz auftragen du kannst du eigentlich pflegebereifung auf dein auto drauf machen ja alles was vier räder hat gehört heißt auto ich weiß gar nicht ob ich hier kaputt war oh ja toll muss auch tauschen toll ne ja das nervt ein bisschen aber was sollst du machen aber dann brauche ich auch nicht mehr zu stellen oder warum ich habe ja gerade erst angefangen kannst du wegbleiben weil du gesagt hast aber ist das sowieso nie was hallo na kann ich gleich noch mal ne ich könnte klar joinen ne du hast gesagt nach dieser folge ist schichtumschwach wir haben gerade mal drei minuten ja nach schließlich das ist meine verschließen kein kein dänisch was hast du jetzt damit zu tun keine ahnung vielleicht redest du ja dänisch ja genau ich rede hast du den hofladen mit den mit den dingern befüllt mit dem käse das hätte ich jetzt als nächstes getoren aber nein internet ist da ist nicht da ich sag nur telekom ne ich hab meinen neuen router gekriegt aber der funktioniert noch nicht warum kann es denn hier sprechen weil das noch der alte ist das macht Sinn das macht Sinn ja mei ja mei das fährst du also ich trage jetzt erstmal den pflanzenschutz auf du kannst ja in der zwischenzeit den käse runterkrachen vielleicht ist der preiser jetzt noch ein bisschen besser geworden wie 3,7 also soll ich jetzt doch noch kommen ja klar ich nehm noch 10 minuten auf schade ich dachte der verbindet schon denkst du nee der childe der drückt sich immer vor der arbeit immer das ist unglaublich vorhin guckt er mir zu also in einer der letzten folgen guckt er mir zu wie ich wie ich was hab ich denn gemacht ah da ist er ja der hans peter der müsste eigentlich hampelmann heißen was na vorname hampel und nachname man so da ist er wieder hallo haha jetzt kannst du mal arbeiten ich hab die ganze zeit gearbeitet ja mh 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 ich bin mal gespannt wie viel geld wir heute nacht kriegen von den Gewächshäusern gar nichts aber nee das muss eigentlich schon eine ganze menge sein wenn wir heute abend dann nochmal äh äh mist austeilen noch ein paar andere Gewächshäuser füllen damit wir mehr geld kriegen wenn ihr das wisst schreibt es gerne mal in die kommentare weil wer verliert wir haben ja gewettet der muss äh alle fahrzeuge putzen bringt bringt ein Gewächshaus voll befüllt genauso viel wie alle Gewächshäuser voll befüllt das ist die frage oder alle Gewächshäuser 50% befüllt oder ein bisschen oder ein bisschen auf die stunde gerechnet ja also verdient jedes einzelne Gewächshaus Geld oder verdient wenn eins befüllt ist verdient dann alle gleich Geld also versteht ihr was ich mein ne ich glaub deine unausführliche Erklärung nicht ich bin mir absolut sicher dass ich recht hab weil das nennt sich Logik wo ist denn die Anhänger hingestellt was brauchst du jetzt die Anhänger ne ich will doch den links zum hochladen bringen den diese hast du den Gator kannst du doch hinten draufschmeißen ne ich brauchte den Anhänger alter alter du hast ja gesagt was los mit dem was los mit dem der checkt's einfach nicht alter der 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 hat keine Ahnung vom vom Kühe melken doch hab ich vor allem wie will er denn die scheiß Käse in den Anhänger werfen in den John Deere Anhänger von Gator Pack da fährt er da fährt er mit dem Gator fährt er runter um den Anhänger zu holen dann fährt er wieder hoch hoch anstatt dass er alles auf einmal macht einfach das Ding hinten drauf schmeißt und runterfährt zum laden ey der kriegt demnächst wieder die Kündigung Alter da krieg ich ja Blähungen Alter meine Fresse was ist mit dir los? praktisches Denken ist nicht so dein Ding ne oh ich hab Bock das Auto zu fahren fahr ich mal um die Welt um die Welt bin ich halt nächstes Jahr wieder da aber ist egal g'schafft hab ich immer noch nix Alter verwalter ich könnte ausrasten wenn ich nicht schon ausgerastet wär lass mich doch einfach machen ja ja ich guck nach den Feldern ich mach sinnvolle Aufgaben oh unsere Kartoffeln sind fertig da platzt mir der Kragen ne da geht mir die Hutschnur bis nach Mexiko lacht er jetzt oder weint er jetzt? Tischer vor Tischer vor bitte was? hast du jetzt gelacht oder geweint? wieso? für was? so ein Scheissschwätz nö ist ja alles nicht so gemein ne nicht wirklich es ist wirklich alles äh ähm also fast alles Jokes fast alles ähm bis aufs Mobbing ist alles Joke hey jetzt hör mal auf hier jetzt mobbs du mich ja ist auch schräg so oh guck mal hast du gemerkt? ich weiß wie man das schreibt hahahaha so ich hoffe dass die was ist mit dir los? hä? was ist mit dir los? keine Ahnung ich glaub du hast heute ich hab zu viel am Pflanzenschutzmittel geschnüffelt hahaha hahaha oh meine Prasen ich mach mein Prasen hahaha Pflanzenschutz ist nicht gut Leute achtet auf eure Gesundheit äh vor allen Dingen ich arbeite nicht aber du ich arbeite nicht aber du schnüffelst am Pflanzenschutz Pflanzenschutz so viel dazu ja ich sitz halt hier auf dem Trecker was soll ich denn machen die Fenster gehen die grad nicht zu ich hab dafür das ganze Feld jetzt schon gepflanzenschützt hahaha du hast das Feld vor Pflanzen geschützt ja damit gar nichts mehr wächst hahaha gar nichts mehr wär ja katastrophal wenn unser Weizen oder was hast du denn angepflanzt? Weizen gell? ja wenn unser Weizen wachsen würde kannst du mal kurz schneller machen bis der Käse fett fett nee hallo Zeit ist Geld jetzt wollte ich hier produktiv sein na wie viele Käse haben wir denn jetzt? hm keine Ahnung warte eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zehn elf ist doch schon mal gut ich weiß heute abend müssen wir sowieso nochmal rüber fahren zum Käse ne zum laden wir müssen mal kurz nach Holland Käse kaufen können wir den hier dann teurer verkaufen? ja dann mach ich mich mal auf den Weg hahaha fahr ich mal gerade rüber und holen ein paar Käse so so ich hab gleich die Pflanzen geschützt ähm fährst du da mit dem Dünger nochmal drüber? ich wüüüüüüüüüüß ich Ngorager gib mir erst mal in den Hof Improve Summit was den? hehehe flache Dinge auch noch drüber ja ich soll mal was produktives machen, nun darf ich nicht nein mach weiter ich kümmere mich aufs Feld wir können wir eigentlich aufteilen du kümmerst dich um den doofen Laden Wir sollten noch ein paar Kartoffeln ernten, damit wir heute Abend noch den Hofladen befüllen können. Weil Kartoffeln kann man da auch verkaufen. Jetzt nur die Frage, wo der Käse hinkommt. Kommt er in das Regal? Wo das Produkt aus eigener Herstellung steht oder in das andere Regal? In das Regal rechts. Also das gleiche Regal wie oben bei der Molkerei, äh bei Käseerei. So. So, dann haben wir hier auch gedüngt. Die Plänze ist auf dem Feld. Hast du die Pflanzen geschützt? Jumai. Jumai. Jokritzi. Ich hätte jetzt was anderes noch gesagt, aber das ist nicht ganz jugendfrei. Also lassen wir das lieber. Äh, wo stelle ich denn jetzt den Pflanzenschutzdinger hier ab? Ähm, am besten auf dem Hof. Da ist Platz. Ja, warte. Ja, doch. Ja, nee, doch. Ja, doch. Ja, doch. Auf dem Hof wäre sinnvoll. Vermeintlich, ja. Also, man könnte meinen, es wäre nicht sinnvoll, aber ich glaube auch. Kannst ja gleich mal gucken, wenn ich fertig bin, wie schön der Bergmann-Käse da einsetziert ist. Ich soll gucken. Ja. Was man ja nicht sagen kann, ist, dass ich nichts getan habe. Ich soll nochmal gucken, ob die Eier, noch ein paar Eier für dich sind. Ich hab ich glaube geguckt. Ist noch nicht. Brauchen noch. Ja, zwei volle Kisten stehen ja da, glaube ich. Ja. Ja. Ist richtig. Hallo? Ja, ist richtig. Muss auch, muss auch angehen. Brauch ich noch dünner. Hallo. Jetzt ziehe ich noch ein bisschen dünner und dann ist alles gut. Würdest du vielleicht doch noch ein bisschen Käse ziehen? Ne, den schneidet man. Also jetzt übertreibt man nicht, ja. Vielleicht an den Eiern ziehen. Aua. Oh, meine Fresse. Hast du mir jetzt nicht gesagt. Heute neu. Ja, heute neu. Heute neu und huidui. Die sind Brüder. So, ich fahr kurz mit dem Dinger drüber und dann ist es auch, äh, nächste Folge müssen wir uns wirklich um die Kartoffeln kümmern, gell? Ja. Vor allem kann man nur dieses kleine, doofe Teil. Dann müssen wir mit Pflegebereich von drüber. Lass uns doch den Vollend ermüßen. Hm? Lass uns doch den Vollend ermüßen, Kaffa. Äh, selbst wenn wir wollten, hätten wir glaube ich dafür nicht genügend Geld. Aber wir könnten ja den Massive Ferguson verkaufen. Dann verkaufen wir den Pen auch. Ja, für was braucht man einen Traktor? Also, komm. Ja, komm. Wofür also einen Traktor? Nee, für was denn auch? Ja, verstehe ich jetzt gar nicht. Die Sinn dahinter ist gleich Null. Völlig unnötig. Alles, was man braucht, ist ein Gator. Hm, ja, klar. Du wieder mit deinem Fliegel hinten drin, äh, mit deinem Strautmann hinten drin. Nee, was war das? Kröger. Kröger. Nee, das ist der John-Dier-Anhänger von ihm. Hallo, letzter hast du den Akro-Liner hinten drin gehabt. Hast du vergessen? Jetzt habe ich aber den John-Dier-Anhänger drin. Jetzt. Wir haben von jetzt gesprochen. Oder haben wir von in zwei Sekunden gesprochen? Ah, nur damals. Dazu mal haben wir gesprochen. Ah, macht Sinn. Damals. Im Krieg. Nein, Spaß. Nein. Ich schau jetzt noch mal, ob du fertig bist. Ja, wir sind fertig. Ah ja. Rühr oder Spiegelei? Ähm, alles. Einmal berührt, einmal gespiegelt. Und dann fertig. Ja, ich schau jetzt noch hin, dass wir hier fertig dünnen. Das machen wir einfach noch. Weil dann sind wir schon wieder am Ende angelangt. 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 So wichtig schweizerdütsch. Ähm. Ja, diese... Ja, ich möchte gerne einen Käse. Einen Käse. Zehn Euro. Nee, das ist mir zu teuer. Das klau ich, Papa. Ach, hat sie dich ausgefragt, was du haben willst? Ja. Diese Kleine. Sag dir ja nicht bitte und danke. Wer sagt schon noch bitte und danke? Ich. Wann habe ich das das letzte Mal gehört? Jägermeister ist im Twitch-Abo-Server-Channel. Ja, na und? Jo, ist egal. Wir grillen hier, äh, dümmen hier das Feld. So, ich hoffe mal, dass ich nur noch einmal zurückfahren muss. Das hoffe ich schieße dich, Papa. Oh, nee, ich muss nochmal. Garten. Nochmal in die andere Richtung fahren. Aber das kann ich auch offscreen machen. Wenn es euch gefallen hat, ist gerne ein Like, Abo oder Kommentare. Ja, da. Tisha. Lasst ein Like, Abo oder ein Kommentar da. Lasst ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Der checkt es nicht mehr. Der ist durch. So viel Eier gegessen. Am besten alles. Jo, haut rein, macht's gut. Schaut gerne morgen wieder rein in der Folge von Real Farming. Am besten alles. Ich weiß es morgen überhaupt eine gibt. Ich weiß gar nicht mehr, an welchem Tag wir gerade sind. Am, an einem Wochentag. Sicher? Sicher. Glaube ich nicht. Ich schaue nachher nach. Könnte auch ein Wochenendmarkt sein. Schaut gerne, äh, einfach auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Und, äh, macht's gut. Bis morgen. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.